Willkommen auf dem Lebensgut Pomeritz und danke für diese wunderbare Einladung für euer Festival. Ja, wir sind hier auf dem Philosophie-Festival der Liebe, was zum sechsten Mal schon stattfindet. Zum sechsten Mal? Ja, und endlich bist du auch dabei. Es ist mein erstes Mal. Endlich bist du auch dabei. Ja, ich komme aus dem Tessin, bin hierher gefahren mit meinem kleinen Flitzer und heute Abend sehen wir uns auf der Podiumsdiskussion. Morgen lese ich meine Love Letters, Lust auf Love Letters und morgen Abend gibt es da noch ein Symposium zur metamodernen Liebe und darauf bin ich unglaublich gespannt. Es geht also darum, die Liebe in ihren verschiedenen Dimensionen, in den seelischen, geistigen, sinnlichen zu erforschen, so als die wichtigste Energie für die Zukunft. Und deshalb geht es also bei unserem Symposium hier heute um diese schöpferische Energie, die die Liebe aufbringt. Und morgen dann mehr um die Frage, welche Zukunft, also welcher metamoderne Welt sich daraus entwickeln kann. Wow, ich freue mich riesig. Ihr seid willkommen. Kommt her nach Pomritz. Ja.